Du hast mir mal kurz eine Probe würfeln. Einmal. Okay. 12? Ja. 20? Okay. 17. Okay, ich sag gar nichts mehr weiter dazu. Du darfst einfach weiterreden. Aber was willst du noch? Moment, ich sag, kann ich so nicht zulassen. Ne, Moment. Achso, ich habe eine Verständnisfrage. Unabhängig unseres Volkes oder unserer Herkunft ist so ein Vorgehen doch eigentlich allgemein als total schlimm angesehen, oder? Ja, sicher. Ja, okay. Leichenschädigung ist natürlich, geht gar nicht, aber da mische ich mich ja nicht ein. Mein lieber Ghirlab, das kann ich nicht zulassen, der Mann ist gut. Du kannst das nicht zulassen, du bist doch quasi auch so ein Straßenstrichschleicher. Ja, aber er ist im Kampf gefallen, mein Freund. Das wäre tatsächlich, ja. Ja, ihr habt recht, es wäre erlos, seine Leiche, er wird wahrscheinlich noch einen guten Kampf geliefert haben. Ja, aber sie knabbern die Maden schon an ihm. Oh, das mindert den Wert des Bartes und sein Gesicht ist auch zerschunden. Gut, um es mir in der Gruppe nicht zu versauen, lasse ich von der Leiche ab. Also ich lasse dem Zwerg seinen Bart, auf das er im Zwergenhimmel stolz mit seinem Bart umherstürzen kann. Da hast du aber Glück gehabt. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Das ist das, ja, das stimmt, zwei Tage ist das das mittlerweile, ja. Durchaus, durchaus. Gab es noch was in der Scheune? Äh, ja, es gab halt diesen kleinen Haufen mit Eisenerz, also aber natürlich noch nicht rausgelöst, also Brocken quasi. Der ist in der Wand quasi. Brocken ist Schmiede? Ne, die liegt da. Ne, das ist natürlich da halt. Also da liegt Eisendacht. Keine Schmiede. Achso, keine. Aber es gibt halt diesen Stollen noch draußen, den ihr gesehen habt, also wo wahrscheinlich geschürzt wurde. Wo halt wahrscheinlich, wie das, ja, auf das Wertvolle herkommt, ist halt, ähm, dementsprechend nicht. Wahrscheinlich die Miene. zu riskieren. Überlebende. Könnte man vielleicht mal probieren. Wenn der Tier, äh, der Tier, der Zwerg schon zwei Tage tot ist, sind dann wirklich hier noch Überlebende? Naja, Stollen sind sehr verwinkelt, man könnte sich doch da vielleicht verstecken, ich meine, das sind Zwerge. Und was ist, wenn wir Überlebende finden? Die wollen wir finden. Ja, dann wollen wir die natürlich befreien. Ich möchte die aber nicht in der Gruppe haben. Also das, ich, ich möchte keine, ich traue denen nicht, den Überlebenden, ich möchte nicht, dass wir den... Sie trauen Überlebenden allgemein nicht? Ich traue anderen Leuten außer unserer kleinen Gruppe nicht. Okay. Ich möchte andere Menschen nicht. Aber vielleicht können Sie ja mit den Menschen handeln. Ja, Überlebende haben doch nichts. Pff, das wissen Sie ja nicht, vielleicht haben die, das sind Zwerge. Vielleicht haben die das Gold mitgenommen. Vielleicht haben die Zwerge noch irgendwo einen geheimen, äh, Snash. Aber Zwerge, Zwerge sind doch von Gold in der Hand. Das war richtig so ein British Exit hier. Aber, aber nichtsdestotrotz möchte ich sie, äh, nicht, dass sie uns auf unserem Wege begleiten. Ja, aber, ja, okay, von mir aus... Wir werden, wir können, wir können ja erstmal gucken, ob wir jemanden finden und dann entscheiden wir. Ja, ist gut. Ich möchte noch einen Einwand haben. Und zwar, Petro, wie ist das denn? Wie... Ich meine, du bist ja Jäger, ne? Aber schaffst du es überhaupt, dich zu orientieren in so einem Stollen? Ich meine, so Zwergenstollen, die sind ja richtig krass verwinkelt. Ja, wie viele Tage willst du bitte in diesem scheiß Stollen suchen? Ja, ich will da auch gar nicht reingehen. Ich will einfach nur so einen Blick riskieren, so. Hallo. Ich muss sagen, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Aber wir hätten ja seine Brotkrumen. Ja, ne, also... Und was... Meine Brotkrumen gibt es nicht. Ja, wie finde wir... Vielleicht reicht es ja, wenn wir uns nur zum Eingang mitgeben und da mal reinrufen. Ja, dann... Okay. Ich will nicht reingehen. Okay? Das machen wir. Finde ich ne gute Idee. Aber ich... Ja, wir können auch mal vielleicht ein bisschen reingehen, aber... Und ein bisschen umsehen. Aber ich müsste trotzdem ein bisschen weiter hinten stehen. Aber wenn ich mir... Vielleicht ist das ja ne Goldmine. Ja, wenn ich mir die Goldmine aber mal so angucke, dann ist es stockfinster da drin, oder? Nein. Aber wir haben doch bestimmt... Das war ja ne Frage. Ja, das kann ich euch behaupten. Ich stehe nicht in der Scheune. Aber vielleicht können wir ja nochmal gucken, ob wir ne Kerze in dem... Ich hätte eine Pechfackel in meinem Leben. Oh! Und schaffen wir es denn Feuer zu machen? Ich hab Feuer und Stahl, Junge. Oh! Das ist mal ne perfekte Abenteuergruppe, Leute. Ich finde, wir gehen jetzt in diesem Stau. Ja, Moment, Moment. Ich hab ne Feitsch, um euch anzutreiben. Moment, Moment. Wir gehen erstmal, glaub ich, erst wieder aus der Scheune raus. Ja, du hast ja gesagt, da ist zwar noch dieses... Dieses Erz. Möchte irgendjemand sich mit diesem Erz irgendwie... Dürfte ich erfahren, welches Erz das ist? Eisenerz. Ja, wenn du nochmal würfelst. Okay. Moment. Ich dachte... Ach! Ja, das ist Eisenerz, aber... Sechzehn. Fünfzehn. Oh, oh. Du hast keine Ahnung. Also es ist halt Eisenerz, aber... Ja. Bringt mir nix. Keine Ahnung. Weiß ich nix mit anzufahren. Ach so, also das geht auch. Wenn die Geschichte schon vorgibt, was das ist, kann er trotzdem keinen Schwarm bilden. Er weiß halt, dass das Eisenerz ist, aber er wollte es ja mitnehmen und er ist ja Händler. Also das heißt... Er kann nicht mehr damit, was er damit... Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay. Nein, da wir auch sonst nicht mehr gefunden haben, würde ich sagen, wir gehen nochmal an die frische Luft. Die gleiche... Das stinkt ein bisschen. Dann kämen wir auf dem Weg zu dem Stollen nochmal so ein bisschen so Richtung Brunnen vorbei. Mich dürst du... Kann das mal auch bezeichnen? Nein, im Ernst? Das ist gut. Das ist wahrscheinlich deine... Kann ich das auch als PDF haben? Ja. Also wir werden alles, die Bögen und die Bilder und so Kram, werden wir alle hochladen. Da war der schon drin, ne? Genau. Also ihr wart in den unteren Haus, dann halt raus und dann hier rein, zur linken, wie sagbar, war dieser Brunnen mit diesem kleinen Tierstall, wo halt auch nochmal so... Ach der Tierstall, da waren wir noch gar nicht. Genau, aber der ist halt offen. Also das ist halt kein Zulichgebäude, sondern das kannst du halt so... Das ist halt so Tierpark-mäßig. Kann ich da alles... Da sind die so diese kleinen... Also kann ich von außen auch erkennen. Vielleicht ist ja hinter der Tür meinetwegen... Du kannst von außen... Du kannst von außen auch in der Tränke Wasser halten. Diese ganz kleinen... Ja, aber keine... Das ist halt wirklich nur so ein scharfer Held. Weiß ich nicht. Also das ist so ein kleines Ding. Also ich würde da leichten schon erkennen, wenn da... Ja, ja klar. Also es ist aber komplett leer. Okay. Hier gibt's dann halt dieser Stolleneingang noch. Und äh... Bevor wir... Was willst du trinken? Ne, ich hab leider ähm... Als... Als wir losgelaufen sind, hab ich jetzt meine Flasche ja zerbrochen. Mein Ton-Crew. Und... Ich hab leider nur noch den Becher. Zur Not können sie auch einen Schluck Wasser von mir haben, aber wir können natürlich gerne... Wir können noch mal gucken. Sonst muss ich nicht ihr Zeug versaufen. Ja. Das ist richtig. Wir sind der Torwart. Hier wird noch kein Sopfe näher. Ja. Ich mein... Ein bisschen äh... Verstechen Papier wäre mir natürlich lieber. Klar, ihr spricht alle Gaveti. Ah, okay. Alles klar. Versuch! Was? Du willst mein Schwanzlutsch? Äh... Was machen wir jetzt? Ach, wir gehen zum Brunnen. Genau. Ja. Wir alle? So geht ja von der Freundin zum Brunnen. Ja. Der Brunnen. Der ist... Passt aber auf... Der Brunnen ist halt ein... Ja, ich guck da rein. Also Stein halt so normaler. Oben hast du halt diese typische Eimer-Kordel. Weißt du, wie du da so filmst? Der hängt auch noch ein Eimer dran. Der hängt auch noch ein Eimer dran. Mit einem Seil. Guckst halt da rein. Ist halt ein Brunnen und mit dem Wasser. Ja, super. Sei aber vorsichtig, dass das Wasser noch... Nicht, dass da eine Leiche drin liegt. Oder... Aber die hast ich ja jetzt gesehen. Ich hab ja da reingeguckt. Ja, aber vielleicht ist sie schon zum Boden gesunken. Und das Wasser ist verpestet. Oh... Du hast ja die Leiche erstmal krank sein. Kann ich irgendwo... Ja, ne. Wenn der tote Körper ins Wasser fällt und auf den Boden sinkt irgendwann und der verfault oder was auch immer, dann kannst du das Wasser aber nicht mehr trinken. Wühlst du das unser... Das stimmt. Aber am Brunnen oder drumherum kann ich weder Blutspuren noch sonst irgendwie was entdecken. Oder ich gucke danach zumindest. Da ist nichts zu entdecken. Ja, dann... Ich lass den... Ich lass den einmal runter, hol den da hoch und dann... Ich schöpfe ich da mal mit meinem Becherlein. Okay. Einmal raus. Und... Rein damit. Boah, das war so lecker. Ich guck da rein und schreie... Echo! Echo! Hast du... Hast du einen Wasserschlauch? Ne, leider nicht. Ah, okay. Manner ist noch voll. Wie oft kam das Echo zurück? Einmal. Ja, ich werde mal deinen Schluck aus meiner Ton verschieben. Kann ich daran erkennen, wie tief der Brunnen ist? Moment. Das kannst du tatsächlich... Ne, der lässt mich jetzt darauf würfeln. Ne, du nicht. Ich hab gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Das ist gut. Wir sollen noch nicht so viel dazwischenreden mit dem Ton. Ja, stimmt. Genau, tut mir leid. Ich lass den... Du darfst tatsächlich einmal würfeln. Ne, eine Dreierprobe darfst du... Ne, nicht dieser Würfel. Was willst du denn machen? Ich hab keine... Ja, wir wissen, wie tief der Brunnen ist. Anhand eines Eichens. Anhand des Endkurs. Ich hab Entfernungs-Sinn. Vielleicht kann ich's dir sagen. Scheißegal. Ne, jetzt ne 20 Würfel. Dann fällt der dann... So, ne 7. Ne 3. Und ne 16. Ja, dir fällt dann auf, dass heute noch des einfachen Echos der Brunnen 5 Meter tief ist. Leute, der Brunnen ist 5 Meter tief. Ja, hör mal. Wie hast du das denn herausgefunden? Das hab ich herausgefunden an meinem geilen Sinn. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das an meinem Torwalschen Arsch vorhängt. Meister. Dein fetter Arsch ist mir scheißegal. Ja. Hör mal zu, mein kleiner Freund. Ja? Guck, dass du deine Schnauze hältst. Okay. Kierla, ne, wir nehmen auch mal einen Schluck aus unserer Wasserflasche und füllen die Wasserflasche dann nach. Ja. Ja, würde ich sagen. Also trink beide einen Schluck. Getränk füllen direkt nach, dass wir gerade an der Quelle sind. Wasser. Wasser. Und du auch Wasser. Okay. Ich mach nichts. Du nicht. Du nicht. Okay. Der von mir muss es mal rumraten. Ich mach gar nicht. Hat sich die Tiefe ja geändert jetzt, wo niemand rausgekommen war. Ich schreie ganz laut rein, Stekel ist ne Pussy. Nein. Du ich nicht. Hör mal zu, mein Freund. Ich hab dir jetzt einmal gesagt. Das ist aber echt bescheuert. Ich möchte damit nichts zu tun haben mit dem Streit. Ja. Das ist auch eine Arschgruppe. Wir gehen jetzt zur Mine. Nur denn? Oder ich jetzt zur Mine. Ich komm mit. Ich komm auf zur Mine. Der Stollen, der durch eine unverschossene leichte Holztür gegenüber dem Hof getrennt ist, gleicht im ersten Blick eine Brunnen, nur dass er eben nicht senkrecht in die Erde verläuft, sondern waagerecht in den Felsen. Er ist da rund gearbeitet und scheinbar mit dem Zwergen eigenen Fleiß und Beständigkeit geschaffen worden. Gerade geht es in die Dunkelheit. Nach ca. 10 Schritt ist von wenigen Licht, das durch den Gang kommt, nichts mehr übrig. Boah. Wir sind noch nicht reingegangen. Nein, nein. Du siehst halt so rein und so ungefähr 10 Schritte kannst du gucken und dann ist es vorbei aber auch. Der Gang scheint sich jedoch so gefühlt mehr als 10 Schritte lang zu ziehen. Ist ja jetzt nicht so mega. Vermutlich auch sehr eng, oder? Wie möchte ich jetzt noch ankommen? Geht's noch. Können wir zu zweit? Also wir können zu zweit ineinander laufen? Aber hintereinander könnt ihr stehen, also mitten außen mit der Tür. Das heißt, wir laufen einzeln da durch. Also nicht Schlange. Glaubt ihr denn, was die in dem Stollen da durch ist? Das ist schlecht. Oh, okay. Also. Puh. Ist halt ein Sphären gestollen. Weil die haben halt nicht darüber nachgedacht, dass so Tiere wie hier kommen. Ich würde gerne nochmal mal ECHO da rein schreien. Boah. Ja? ECHO! ECHO! Ich würde gerne mal durchziehen. Wie viele Echos kamen? Du kannst nicht unzählbar viele. Unzählbar, alles klar. Also kann ich wahrscheinlich nicht herausfinden, wie weit der Stollen rein geht dadurch. Das wirst du leider nicht herausfinden können. Damn it! Immer diese scheiß Echos. Ich räuge diesen Stollen sehr kritisch. Ich mache keine Anstalten rein zu gehen. Nee, ich auch nicht. Da könnten Spinnen oder ähnliches drin sein. Da muss ich nichts mit zu tun haben. Ich frage, ob da jemand ist. Also ist... Anyway. Das war ja falsch. Ich schreie da jetzt nach dem ECHO da rein. Ist da jemand? Hallo? Leider keine Antwort. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Lassen wir den Stollen in Ruhe. Oder geh mal rein. Ich habe keinen Bock auf Spinnen. Wir könnten ja mal rein gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach meiner Kampfeserfahrung, muss man ja mal sagen, der Stollen ist klein. Ich bin groß. Wir können nur einzeln da rein gehen. Seine Bögenkünste würden uns da wahrscheinlich nicht so mega viel helfen. Also ich passe da auf jeden Fall rein. Das stimmt. Das heißt, sie wollen vorgehen. Du könntest da auch gar nicht richtig drin kämpfen. Ja, ich könnte da auch vorgehen. Ich könnte da nichts zum Schlag aus wollen und nichts. Aber dem fällt natürlich auf, dass der Gegner es auch nicht könnte. Und das nur mal so, damit das nicht vergessen wird. Ich gehe vor, aber dann kriege ich auch als erstes das, was ich sehe. Das kriegst du als erstes auf die Schnauze, das ist gut. Das ist gut. Aber, Moment. Mir fällt also auf, dass der Gegner da auch nichts machen kann. Das heißt, ausholen ist nicht drin, aber... Boxen wäre drin. Zustechen. Zustechen? Ja, ich bin nämlich auch im Besitz eines Dolches. Oh! Du hast eine Axt. Ja, mit einer Axt zustechen. Mit einer Axt zustechen? Mit einer Axt zustechen? Schade, weißt du nicht. Mit dem Witz eines Dolches. Was ist das eine Axt? Ich dachte, das wäre ironisch gemeint gewesen. Ich dachte, das wäre ironisch gemeint, dass du jetzt kein Dolch hast. Ich hab letztlich auch noch ein Dolch. Okay, ja gut. Dann ist das natürlich möglich. Es gibt zwar auch so diese schönen Äxte, die man so kennt, die oben drauf nur so eine Spitz haben. Ja, ja. Du hast so eine Gammel-Axt. Du hast eine Talo-Axt. Okay. Also ich hab auch einen Dolch, aber ich hab Angst. Trotzdem ist immer noch die Frage... Ja, nee, ich weiß nicht. Ich hab da... Ich muss da dieses ganze Kriegzeug da drin... Das muss ich nicht haben. Das muss ich nicht haben. Das ist alles... Ich mag's lieber offen. Ja, außerdem muss ich sagen, es fängt schon leicht an zu gewittern. Das heißt, die Götter sind schon mal nicht dafür, dass wir da reingehen. Ja. Und ich muss sagen, da bin ich raus. Das mach ich nicht. Also, liebe Zuschauer, nochmal kurz die Erinnerung. Wir spielen nicht als wir, sondern wir spielen als unsere Charaktere. Das ist wichtig. Als werde ich sonst in die Götter glauben. Wir spielen nach unseren Vor- und Nachteilen. Ja, genau. Die wir quasi so haben. Ja, genau. Die wir quasi so haben. Während euch unterhaltet, hört ihr einen Spitzenschrei. Gerade dir fällt dabei auf, dass es sich nicht nach einem Kampfgeräusch anhört, sondern eher danach, als wenn irgendwas mit Brechen, Verletzten passiert würde. Irgendwie so in die Richtung. Also nach dem Motto, dass jemand hingefallen hat, sich wird gebrochen dann. Ah! Irgendwie... Ja, genau so. Moment, wo kommt das her aus? Aus der Mine raus? Aus der Mine raus? Jungs, ich hab die Dirne gehört. Die zwergen hier. Aber die ist der Opa hart. Bis zum geht nicht mehr. Ich erschrecke mich und... Moment, wer ist denn in meiner Nähe? Ist jemand in meiner Nähe? Ist jemand in meiner Nähe? Nee, steht halt zu viert vor dem Stolz. Okay, ich spring zu Petro hin und umklammer ihn. Ich stoße ihn weg. Ich guck ihn an, ich guck ihn ganz traurig an. Aber ich sag, was ist los mit dir? Ich hab Angst, ich hab mich erschrocken. Du bist doch ein erwachsener Mann, so kann man sich doch nicht benehmen. Ein Junge ist 17 Jahre alt. 17 ist erwachsen. Ja. Was willst du denn noch machen? Pussy. Also... Da hat er keine Antwort mehr drauf. Du darfst einmal eine Dreierprobe würfeln. Acht. 19. 28, 19. Ja, okay. Ah, super. Äh... Äh... Bierlapp stirbt. Also da hat jemand geschrieben, wir müssen da jetzt eigentlich echt rein. Nein. Ich möchte da nicht rein. Da... Da ist mir... Ich hab da keine guten Erfahrungen mit gemacht. Ich möchte da auch nicht rein, aber da... Da sind Spinnbeben und Gekreuches, da will ich nicht rein. Das muss nicht. Das müssen sie mir echt noch ein bisschen... Ich... Ich weiß einfach nicht, also... Okay, dann lassen wir jetzt die da alle sterben und ich gehe alleine rein. Ähm... Wo ich eigentlich nicht rein will, aber... Vielleicht sind da Geister. Ja, die schreien. Allerdings... Andererseits könnte da natürlich was Wichtiges sein. Das könnte auch eine Falle sein, weil der Idiot Echo da reingerufen hat. Das ist ein Punkt. Oh... Das glaube ich aber nicht. Also jetzt gehe ich schon mal auf keinen Fall da rein. So. Also ich finde, wir gehen da rein. Ich lasse die da stehen und gehe rein. Ich... 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 Ich gehe da auch rein. Mit gezogenem Dolch. Ich gehe hinter ihm. Also wenn... Ich gehe hinter ihm. Also wenn... Also der Gauklaut, der Jäger hin da rein, der Krieger und der Entlaut dann draußen. Ja, man muss ja sagen, wobei das schlechte Wetter, die Vögel fliegen schon, die mit könnte auch anfangen zu regnen. Und... Regen ist besser als ein durchgeschnittenes Kehlermann. Ja, die mache ich ja von alleine schon platt. Aber meine Waren könnten nass werden. Ich gehe noch mal kurz in mich. Ja, ich kann... Ich kann die da nicht... Ich kann die da nicht verrecken lassen. Das... Das geht gegen meine... Das geht gegen meine Ausbildung. Also... Ja eben. Das sind doch Männer der Ehre. Allerdings muss man sagen... Was soll das denn heißen? Ich hab schon mit einem ängstlichen Zittern in der Stimme... Allerdings. Was hast du für einen Sozialstatus? Sechs. Das... Das war dein Mist. Moment. Das darfst du doch gar nicht wissen. Naja, stimmt eigentlich. Ja, aber er darf mich ja dann... Okay, da er einen höheren Sozialstatus hat als ich, darf er mich meinetwegen auch so anreden. Ja, aber wenn ich einen höheren Sozialstatus gehabt hätte, dann will ich ja wohl nicht so angeredet werden. Ja, das muss man wissen. Das stimmt. Also dann habe ich einen von fünf. Das ist doch voll schlecht, oder? Ich kann aber auch ein netter Gaukler sein. Achso. Sechs ist ganz okay eigentlich sogar. Der Kaiser, der kann sich Kaiser 20... Moment. Ist denn... Gibt es denn da... Ja, ist noch genug nach oben. Okay. Denn es gibt es denn da eine Normung? Weil ich habe gesehen, bei meiner Rasse zum Beispiel, also bei den Thorvalern, bin ich zum Beispiel mit fünf so ganz unten. Ja, Thorvaler sind ja auch eigentlich ein anderes sehendes Volk. Ja, ja. Aber du bist halt der Bastard. Normmäßig fünf geht so. Normmäßig fünf geht so. Normmäßig fünf ist schon so... Ja, ja. Spacken. Genau. Alles klar. Ja, dann muss ich natürlich meine Axt und mein Schild wieder holstern. Ich hätte nur ein Dolch, ich könnte mich auch Faustkampf versuchen. Allerdings hätte ich dann... Ja, den Dolch nehme ich auch mit. Daher ist du ein bisschen... Ich versuch Jonathan vor mich herzuschieben. Äh, ich versuch... Ich versuch mich da rauszuschieben. Ich versuch... Ich versuch mich da rauszuschieben. Ich versuch... Ich versuch... Beide mal würfeln. Worauf muss ich denn... Also dreimal würfeln oder... ... beide würfeln... Äh, bapapapapap... Ja, und zwar einmal. Und zwar machten beide die Probe auf Ringen. Auf Ringen? Ja, sicher. Das ist eine Kampfsituation. Wenn der eine versucht, den anderen zu schieben... Ist natürlich jetzt keine Aus-maul-Ouen-Situation, aber... Ich hab ein Talentwert von 3. Wie funktioniert denn das denn jetzt mit dem... Du hast neben deinem Kampfwert... In dem Fall hast du einen AT-Wert und einen PA-Wert. Ja. So, äh... Ist jetzt deine Aufgabe... Deinen Attackewert zu unterbieten. Okay. Ich bin nicht aktiv. Genau. Also er schiebt doch. Ah, du schiebst. Entschuldigung. Deine Aufgabe ist, deinen Attackewert zu unterbieten... Und deine Aufgabe ist, deinen Paradewert zu unterbieten. Schaffst du es zu parieren? Achso. Möchtest du dann einmal sagen, was du für einen AT-Wert hast für die Zuschauer? Ich hab einen AT-Wert von 9 bei Ringen. Gut. Und werde jetzt versuchen, Jonathan... äh... Blähdarm vor mir herzuschieben. Genau. Und habe eine 12 gerufen. Und trotzdem musst du parieren. Okay. Dann werde ich parieren. Ich habe eine 6 im Ringen. Oh. Und das war eine 5. Das hat schon mal funktioniert. Scheiße. Ja. Damit, äh... Moment. Was war die Außensituation? Er schiebt den vor sich hin. Genau. Ich versuche mich da rum zu winden und... Genau. Und, äh... Du schaffst halt nicht den irgendwie vorzuschieben zu lassen. Du musst wahrscheinlich vorlaufen. Also das... Und dann möchte ich... War dein Ergebnis jetzt, dass er einfach nur stehen bleiben kann und er nicht geschiebt? Oder ist er jetzt hinter ihm? Ne, äh... Das Ergebnis ist... Ihr seid noch gar nicht reingelaufen. Also... Ich wäre immer noch davor. Ne, ich habe schon gesagt, ich gehe rein. Ne, ne... Ach du, du wolltest ihn da rein schieben. Ne, ne... Wir sind beide schon reingegangen, aber ich wollte beim reingehen ihn vor mich schieben. Weil ich zuerst gesagt habe, ich gehe rein. Ne, genau. Und bei dieser Aktion hat er sich quasi so... Das heißt, ich bin weiterhin vorne. Ja. Dann kommst du. Ey, ne... Da muss er nicht sagen, ob er kommt. Ich gehe nicht nach vorne. Doch, er hat aber als zweites gesagt. Ich gehe rein. Ich habe ja noch ein bisschen gebrocht. Ich musste ja noch ein bisschen abwägen, ob ich da reingehe. Das heißt... Moment, schauen wir jetzt. Petro, ich habe eine Idee. Okay. Wir knobeln das aus. Was hältst du davor? Wir haben keine Zeit, hat gerade jemand geschwankt. Ich habe... Wie willst du jetzt schon wieder ausknobeln? Ich habe Zeit für... Dann gehst du vor. Okay, wir knobeln halt aus. Alles klar. Um zwei heller. Was? Ich denke, wir knobeln. So knobeln. Ey, Jungs, das geht so nicht. Hört auf zu knobeln, dann gehe ich vor. Alles klar. Wunderbar. Gut. Dann geht mir trotzdem um zwei heller. Nichts dazu. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt draußen warte, denn angesichts der Tatsache, dass ich jetzt nicht mit einem Krieger draußen warte, sondern alleine draußen bin, ist das sehr unbehaglich, muss ich sagen. Und trotzdem würfelst du noch mal ganz kurz? Ja. Wie oft der würfel? 18. Ja, okay. 17. Boah, wie scheiße. Was ist das für ein Scheißwürfel? Da liegt noch ein gelber. Ich habe 18, 17, 18 gewürfelt. Ja, das ist okay. Mir fällt nichts drauf. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt mich an seinen Rücken anschließe und als... Moment, ich bin gerade, ich laufe jetzt als Erster, ist dir klar. Ja, ja, dann schließe ich mich als Viertes dieser Gruppe an und betrete dann trotz vollem Unbehagens diesen Stollen. Okay. Ich lasse die Krieger vorlaufen. Also ich lasse an dritter Stelle. Du lasse an dritter Stelle und du an zweiter. Bevor wir tiefer reingehen, solltest du mal meine Pechfackel anmachen. Ja. Ich versuche das. Mit Feuer und Stahl. Ja, dann darfst du eine Probe würfeln. Auf was denn? Ja. Und zwar auch in diesem Fall. Was nehmen wir denn da? Was passt denn ganz gut dazu? Also ich stehe jetzt als Erster an der Sonne, Jungs. Ich würde einfach auf Fingern färtschen. Wenn er die Pechfackel aufgeregt wiederkehren machen. Ja, auf Fingern färtschen. Also dunkel renne ich da nicht rein. Ja, lieber auf Geschick. Ne. Ist das nicht Gewandteil? Egal. Es hat kein Gewandteil. Hatte er etwas mit Fingern zu tun? Ja. Drei. Du schaffst halt die Fackel zu. Oh, wir haben Licht. Sehr gut. Dann nehme ich die Fackel, halte sie vor mir und gehe langsam in den Stolten. Boah, die hätte... Gott sei Dank hast du die nicht erschwert nochmal. Vielen Dank dafür, weil ich bin bestimmt total am Zittern, weil mir gefällt es ja so gar nicht, wenn du ehrlich bist. So. Ohne Beleichtung ist hier nichts zu sehen. Aber Gott sei Dank habt ihr eine Fackel. So denn seht ihr nach einiger Zeit in dem Gang Werkzeuge und ein paar Erze liegen halt noch abholbereit herum. Also ein typischer Zwergenstollen, der mitten wohl in einem arbeitsrechtlichen Tag vernichtet wurde. Okay, auch hier bekommt man den Eindruck, dass die letzten Arbeiten an diesen Stellen noch nicht so lange her sind. Am Ende des Ganges... Trinkelpause. Ja. Das sieht so aus. Ja. Also am Ende des Ganges, dass so lange man nun auch nicht mehr auf sich warten lässt, spaltet sich der Gang in zwei kleinere, schmale Gänge, die nur für Zwergen oder Menschenkinder gerade noch so im Stehen zu begehen werden und in der Bereich, dass man normal durchlaufen könnte. Ähm. Boah. Entschuldigung. Ähm. Und es verlaufen halt zwei Gänge dementsprechend lang. Sonst ist halt auch an hinten nichts zu sehen. Nur die Vermutung, ähm, dass halt dieser Stollen halt einer Erzader aber ständig folgt, weil... Das wäre ja typisch... äh typisch Zwerg. Ey, Jungs, da ich ja ganz vorne gehe, meint einer von euch, wo kam der draus? Links oder rechts? Stellt sich die Frage für dich wirklich? Was? Wo gehst du denn normalerweise immer lang? Stimmt! Das kam von rechts. Hast du irgendwie nach, der geht immer nach rechts oder was? Das kam von rechts. Wir sind beide, also ich halt beide, äh, wenn du halt ein Kind wärst, könntest du es zum Stehen machen, aber man müsste... Das heißt, ich müsste mich... Also ich muss mich jetzt so schön... Wieso gebt ihr nicht mir die Fackel? Denn ich bin nur 1,69 groß und ich könnte wahrscheinlich aufrecht durch diesen Gang laufen. Oho! Jetzt gehen sie auch einmal vor! Oho! Da ist aber jemand... Ich hab eben noch daran gedacht, ob er sich nicht das ganze Herz und die Werkzeuge wieder in seine Hand vorgestellt hat. Solange ich eine Fackel mit Feuern habe und ich, äh, diverse Sachen wegbrennen kann... Verstehe, ich schaue mir das an, äh, ich finde das sehr gut, diesen Vorschlag, aber ich kann leider nicht mehr folgen. Das ist jetzt, das wird zu eng für mich. Was ist eigentlich mit dem Werkzeug? Was war das für Werkzeug? Das sind halt, äh, normale Zwergenwerkzeuge, z.B. Pick-Axt oder halt ein Hammer und Meißel, also typische Minenwerkzeuge. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen. Gehört zu den typischen Minenwerkzeugen, gehören aber keine Lampen, die man am Kopf befestigen kann mit einer Kerze. Doch, aber die liegen da nicht rum. Achso. Ja, okay. Ey, ich gebe mit. Das heißt, sie, ich gebe ihnen jetzt die Pechfackel, ja? Du kannst nicht mehr folgen, hast du gesagt? Nee. Du hast viel Angst. Warte, da ist mir einfach zu eng da, das ist... Moment, eben haben sie mir noch erzählt, die bestehen darauf, dass wir da... Ja, du beleid, ja, die Zwölfe, die haben mir bisher auch noch nichts Gutes im Leben gegeben, ich schuldige niemandem, was? Ja, ich gehe jetzt nicht mal weiter. Weißt du... Also ich muss sagen, ich bleibe auch stehen, wenn ich die Fackel nicht bekomme, um durch diesen engen Gang zu gehen... Ich habe ihnen doch gerade gesagt, ich gebe ihnen die Fackel! Wir haben aber gerade noch das Glück gehabt, ja, dass der Raum so riesengroß ist, aber wenn es noch enger ist, ist da noch alles Mögliche in der Nähe von mir. Jetzt fände ich in der Nähe von mir aus. Ja, denn engere Gänge bedeuten mehr Nähe zu, Wänden und Gekrose. Aber wie gesagt, also mit Fackel vielleicht, aber ansonsten würde ich mich Petro anschließen und hier warten. Und... ... ... ... ...